Wir talken gar nicht erst lang rüber. Z-Max, Tauben greifen mich an in Spanien. Ich hoffe mal, Bro, es ist fein, nachdem wir jetzt wieder so sind, Digga, dass ich darauf reagieren kann. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten. Es sei denn, es gibt irgendwelche dicken Beleidigungen oder Dinge, die nicht cool sind. Ihr wisst, Leute, da bin ich raus. Da werde ich mich auf jeden Fall zu äußern müssen. Wir sind ready, wir gehen rein. Oh mein Gott! Wie fühlt es dich an? Ey, no joke, shit. Wenn er keine Scheiße baut in dem Video, ich gebe ihm Props, nur dass ihr es wisst, ne? Boah, Digga, das würde ich niemals machen. Tauben haben so überviele Krankheiten. Was geht, Windows? Dankeschön. Einfach Tauben. Tauben so alles an Krankheiten, oder? Die schreiten nicht. Sie haben sogar eine Maske an. Das sind deine Breast. Die haben eine Maske an, das ist sehr gut. Einfach auf deinen Kopf. Einfach auf deinen Kopf. So süß. So süß. Okay, 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 okay. Bis dato? Bro, schild mal. Einfach deine Breast. Digga, holy shit. Wie wild sind die Tauben warst du, Loha? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie cool das ist. Einfach auf dir im Kopf. Und bei C-Max läuft doch klickmäßig, Digga. Ich habe es gesagt, Digga. Vom Beef, wir beide so. Wir haben beide was davon. Wie fühlt es sich an? Es kitzelt so. Willst du auch mal? Ja. Ja, okay. Guck mal, bis jetzt ein richtig normaler Loch. Ja, aber das kitzelt doch mal jetzt. Die Mäuze ist ja wendig. Hier, hier, hier. Hör auf, es so jetzt schon wild auszusehen. Kili, Digga, danke schön. Einfach der Taubenbändiger. Ah! Danke, Kili. Also gerade bei den Tauben würde ich die Maske anziehen, Digga. Oh mein Gott. Einfach der Taubenbändiger. Ich bändige einfach Tauben. Ah! Echt, das fühlt sich so geil an. Leute, wir sind gerade im Zohladen. Nein, die kaufen noch einen Hund. Ein Hundi und Haare. Oh Gott. Oh, schau mal. Wie gewillt das. Der ist so süß. Oh Gott. Oh, Digga, das wäre wild. Aber ich glaube, ein Hund reicht erst mal. Schatz, können wir den mitnehmen? Ja. Oh, das ist so süß. Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Oh, die sind aber noch Welpen halt. Das wird stressig. Wollen wir echt mitnehmen? Ich sterbe. Oh. Ich könnte das nicht. Ich müsste beide nehmen. Akani? Willst du noch einen anderen Hund haben? Ja, guck mir nicht dumm an. Sag mir jetzt. Digga, der spricht kein Deutsch. Scheiß drauf. Ich kann noch einen Hund holen. Leute, wenn dieses Video 50.000 Likes bekommt, holen wir den kleinen Hunden da. Ist so. Leute, was geht's? Ja, wieder ein kleiner Kritikpunkt hier als Like-Goal. Hunde, aber wenn sie sich aufopferungsvoll drum kümmern und so weiter und so fort und wirklich gut für das Tier da sind. Zehnmal besser als in der Tierhandlung, oder? Zum zweiten Vlog aus Barcelona. Wollte mich erst mal dafür bedanken, dass wir einfach Platz 1 in den normalen Trends waren. Bruder, ich hab dir da gerne geholfen. Gar kein Ding. Geisteskrank war ich noch nie. Sie war schon mal Platz 14 in den Trends. So crazy, Alter. Und jetzt einfach das erste Mal Platz 1 in den Trends. Ihr wisst schon, Leute, dass wir das mit zu verantworten haben. Wir sind da unmittelbar für verantwortlich. Dann noch mit ihr zusammen. Aber wir gönnen. Dann noch so ein schönes Video, was mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Auch wenn es ein paar Stellen gab, wo viele sich drüber beschweren. Ja, im Endeffekt habe ich jetzt auch noch mal drüber nachgedacht. Richtig, richtig. Ellie hat auch schon zu mir gesagt, ey, schneid die Stellen nicht rein, wo du andere Leute beziehungsweise dem Bus mit Taros Code bewirfst. Darin gehend wollte ich noch mal Entschuldigung sagen. Richtig, richtig. War wirklich nicht richtig von mir. Richtig, Chet. Können wir dafür einen Revi-Clap haben? Können wir dafür einen Clap haben? Digga, das hat er gut gemacht. Wir waren einfach overhyped. Ich war todes overhyped. Wir haben an dem Abend ein paar Desperados getrunken. Und dementsprechend war der Pegel auch etwas höher. Aber wie gesagt, ich weiß normalerweise, wie man sich zu benehmen hat. Tut mir wirklich leid, wird nie wieder vorkommen. Trotzdem danke an die 4.000 neuen Leute, die diesen Kanal abonniert haben. Und danke für fast 25.000 Likes und 300.000 Aufrufe nach einem Tag. Heute gibt es, wie gesagt, den zweiten Tag in Barcelona. Ich bin richtig gehypt. Ich würde es noch fühlen, wenn Sie die Maske richtig anziehen. Aber das ist eine Kleinigkeit. Jetzt zum zweiten Mal U-Bahn. Gestern sind wir das erste Mal U-Bahn gefahren. Und da nehme ich euch auch ein bisschen mit, weil die U-Bahnen hier in Spanien sind etwas anders so als in Deutschland. Und ich finde auch allgemein... Die Architektur von den Häusern hier so schön. Neoklassismus in Barcelona. Der Architekturwissende Boss natürlich, Digga. Klar bin ich hier. Übertrieben heftig, Digga. Die Sprache sowieso und die Menschen sind auch total lieb. Und gebt euch mal, es gibt so viele von diesen Plätzen hier. Ich finde es einfach optisch so geil. Aber der Hund ist auch so schön. Oh, Shiba Inu. Schau mal. Oh mein Gott, er ist auch so süß. Ey, das ist so süß, jedes Mal mit Taro mit anderen drinnen im Spiel. Schau mal, wie süß wir sind. Ich sterbe. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. Und Taro muss getragen werden, weil er ist ja noch nicht ausgewachsen. Und seine Knochen sind noch sehr, sehr instabil. Und es ist auch schlecht für die Gelenke, wenn man so einen jungen Hund die ganze Zeit Treppen hoch und runter laufen lässt. Klar, manchmal kann man es nicht vermeiden, weil wir auch im Haus Treppen haben. Und ja. Chat, kann ich von allem mal ein Pray for haben? So geschrieben im Chat, ihr seht es. Ein Pray for. Ganz, ganz wichtig. Pray for Z-Max. Nichts, dass sich jetzt hier an der Stelle alles ändert. Ein paar Mal noch hochläuft, aber wir müssen ihm das abgewöhnen. Und Leute, an alle, die in die Kommentare schreiben, dass der Hund den Leid tut. Mord müsst ihr gleich auftauchen. So, wir lieben diesen Hund teilweise mehr als uns selber. Ja, ist echt so. Deswegen schreibt sowas nicht, Alter. Wir kaufen für den teureres Essen als für uns selbst. Ja, nur weil wir ihn beim Packen gefilmt haben. Oh mein Gott, wie schlimm. Ja, ja. War nicht schlimm. Also, dass der Hund dabei gefilmt worden ist, ist ja nicht für den Hund schlimm. Die Tat an sich. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn der Vlog jetzt gut ist, Leute, sehe ich gute Schatz. Die ersten Tage bei uns im Bett schlafen. Wir gönnen, ihr wisst das, wir gönnen. Obwohl wir voll dagegen sind, wir finden das so unhygienisch. Ja, wo er noch ganz klein war. Ich habe sogar einen Tick, wenn sie die Hose anhatte draußen oder ich, ich kann mich damit nicht ins Bett setzen. Ich finde das zu eklig wegen den Bakterien und so. Und dann lassen wir ihn trotzdem manchmal ins Bett, auch einfach so in der Früh mit uns chillen. Wenn es ihm nicht gut geht, weil wir merken, dass wir... Ja, und würden wir ihn nicht gut behandeln und ihn nicht lieben, dann würden wir ihn ganz unten im Erdgeschoss pennen lassen, weil wir pennen entweder in Ersten. Pray for. Ein ganzer Chat voller Pray for. Alter, ich stecke ihn zu in der Nacht, wenn ich aufstehe. Die Haustour tut sich ein bisschen verschieben, weil wir wollen alles erstmal einrichten. Auch nicht schlimm. Oh, Digga, was? Moment. Sorry. Wir finden Häfen an sich nie so wirklich schön. Elli war, glaube ich, an mehr Häfen. Dankeschön. Aber ich sage euch ehrlich, so, ich finde den Strand 10.000 Mal schöner. Was machen Sie da, gnädige Dame? Nix, ich habe mir die Skulpturen angeschaut. Taro ist natürlich auch am Start. Das Ding ist, wir haben voll Angst, dass Taro da reinspringt. Da muss ich absolut ein Hecht reinmachen und ihn rausholen. Aber er hat mittlerweile so Respekt vor Wasser, weil wir waren in München an einem Bach und er ist da einfach reingesprungen am Eisbach. Ja, er wollte Enten jagen. Wir wollen noch ins Meer reingehen und alles. Mit GoPro bisschen filmen. Das wird natürlich auch kommen, sobald sehr gutes Wetter ist. Ich bin gespannt. Sag mal hier im Kaschballe-Theater, Elisabeth. Cringe. Mein Lehrer früher immer so, wenn wir uns Arsch abgelacht haben und richtig laut waren in der Klasse. Ich bin gespannt. Sag mal hier im Kaschballe-Theater. Und dann musste ich noch mehr lachen, weil ich dieses Wort einfach so lustig fand. Dieses Kaschballe-Theater. Wer kommt auf sowas? Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Hafen. Bei einem STRGF-Drohnen im Kampfgebiet. Was redest du? Wir haben erstmal Wein geordert. Bisschen Vorspeisen. Bisschen Seafood. Ich bin mal ein, meine Optik hier. Das ist richtig schön, Mann. Er wohnt jetzt in Barcelona. Guck mal, bis jetzt ein wirklich problemloser Vlog. Und wir sind jetzt schon bei 8 Minuten von 18 Minuten. Das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Dass du davon satt wirst. Ich will da eine gute Chance. Dass ich davon satt werde, Leute. Digga, das sieht gut aus. Das sieht nach gutem, teurem Fleisch aus, Digga. Ist es Thunfisch oder Lachs? Thunfisch ist das. Thunfisch mit Avocado. Irgendwie 22 Euro. Ihre Lippen, die Pfanne noch mal. Oh, Paella. Paella, so lecker, Digga. Paella, Pfanne. Kann es sein, dass es sich wirklich gebessert hat? Wenn er sich gebessert hat, wäre das richtig, richtig geil. Das könnten wirklich unterhaltsame Vlogs werden. Und der Wein schmeckt Action-Richtig gut. Ich wünsche ihm den kompletten Neustart. Wirklich, es wäre cool, wenn man es schafft, in einem neuen Land einen kompletten Neustart zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Hattetap. Ich glaube, Elli auch. Elli ist schon vorgegangen mit Taro. Ich zeige es euch einfach. Oh, Digga, guck mal. Oh mein Gott. Es ist zwar nicht das beste Wetter, und da hinten ist auch das Hotel, in dem ich letztes Mal war. Das ist wirklich das heftigste Hotel, in dem ich jemals war. Fünf Sterne, das beste Hotel in Barcelona. Sieht aus wie das in Dubai, ne? Das Hotel. Da war ich letztes Jahr. Elli ist zum ersten Mal hier am Strand. So, Nais, wir leben einfach jetzt hier am Strand. Ja, Selemi Yataro, ja Kelp. Aber er darf nicht rein. Er darf nicht rein. Manchmal hat er diese geilen Aussetzer. Ja, Selemi Yataro, ja Kelp. Es kommt einfach so aus ihm raus, Digga. Sorry Taro, wir müssen dich hier kurz draußen lassen. Kann Antonia jemand sagen, dass ich paar Minuten später komme, fünf Minuten später, bei hier im Chat? Nein, vielleicht habe ich jetzt keine Gesetze mehr. Ich halte Taro. Elli, du gehst mit der Cam rein. Er hat doch Vorsätze, er sieht das. Er will keine Gesetze mehr brechen und so. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das manche Leute wissen, aber ich bin in Mexiko geboren. Und meine Mom kommt aus Kuba und ich habe immer so diese Verbindung mit dem Meer und so gehabt. Und mein größter Traum war es halt einfach am Meer zu wohnen. Und ich wohne einfach am Meer mit meinem Traumbäumen, mit meinem Traumhund. Keine Ahnung, es ist einfach so nice, jetzt endlich hier zu sein, weil wir einfach drei Monate darauf hingearbeitet haben. Oh nein, oh nein. Weil der Hund ist schon mega cute, oder? No joke, der Hund ist mega, mega cute. Leute, ich sag euch, wie es ist. Es ist so schön hier. Außer wenn ich es sagt, wie es so gut, dass das Wetter ist. Dicke, wenn das jetzt so weitergeht, du schreibst in den Titel rein, Props an Zemax, Dicke. Oder großes Lob an ihn, das muss in den Titel rein. Wirklich, es ist so entspannt einfach. Taro war zum ersten Mal im Merk. Wir vergessen Janik auch, was er gemacht hat, aber wir geben eine Chance. Wenn die Vlogs jetzt so sind und so laut sind, ist doch geil. Ich bin euch so dankbar für alles. Ich hoffe. Ehrlich, vielen, vielen Dank, Freunde, für den geisteklanken Support. Elli ist euch auch dankbar. Ich hoffe nur, dass er jetzt halt checkt, dass wenn dieser Anfangshype über den Umzug ein bisschen runtergeht, dass er da nicht wieder zurückfällt zum Clickbait. Wisst ihr, was ich meine? Der Hund darf nicht am Strand schnacken. Es ist mir egal, was auf dem Schild steht. Da würde ich sogar auch einen Click drauf geben. Hört jetzt auf, alles auf die Goldwagge zu legen. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr nur in seiner guten Zeit darüber, wisst ihr, was ich meine? Oh nein, nein! Der Hund ist so dänzend. Noch einmal, dieser Hund ist unglücklich. Ihr Sennemi. Er hat Sorgen. Okay, Leute, folgende Sache. Wir haben jetzt Tarno zu Hause abgeliefert. Er war voll müde. Wir haben ihn schlafen lassen in seinem Bett. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Innenstadt. Auch nice, dass er dem Hund beibringt, dass er alleine bleiben kann. Und machen ein bisschen die Stadt unsicher und werfen wieder ein bisschen rum. Nein. Das ist das Ding. Genau das habe ich ihm auch gesagt. Digga, nimm das mit Humor. Nimm das alles mit Humor. Solange es nicht wirklich scheiße wird, ist alles gut. Auf jeden Fall ein bisschen in den Läden. Jetzt hat sich eine neue Dolce & Gabbana Sonnenbrille auf Abgehoben geholt. Hey, das ist meine allererste Sonnenbrille, die ich mir jemals gekauft habe. Ich weiß noch, früher immer, wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, habe ich immer so für 5 Euro irgendwelche Strand-Sonnenbrillen geschenkt bekommen. Immer diese Ray-Ban-Brillen und so. Ist so, oh mein Gott, ich will hier hin. Ist der GW? Ja, und sie will auf jeden Fall in den Laden. Obwohl, nein, doch nicht. Okay, dann nicht. Ich dachte, das sind Waffeln. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch in ein paar Designerläden. Ich will mir auch Inline-Skates holen. Ein Skateboard und wie gesagt halt noch ein Surfboard. Aber ich glaube, das Surfboard wird halt nichts mehr. Ich habe Inline-Skates schon. Deswegen holt er sich auch welche. Und ich brauche natürlich auch eine Sonnenbrille. Ich habe eine richtig geile Sonnenbrille gesehen von Prada. Die waren ganz weiß. Und ich habe den Typen auch gefragt, ob es die in ganz schwarz gibt. Die sollte aller spätestens Montag ankommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den ganzen anderen Läden keine geilere finde, warte ich einfach bis Montag und hole mir die dann. Und du würdest 25% bekommen. Stimmt. Und der Ehrenbruder hat uns auf jeden Fall 25% mäßig auf die zweite Brille gegeben. Und ey, es ist gar nicht unangenehm hier zu filmen, weil man eh weiß, dass einen keiner versteht. Ja, true. Und ich finde es allgemein auch nicht mehr so schlimm, einfach an allen vorbeizulaufen mit der Kamera und zu reden. Das ist so voll Gewohnheit für mich geworden. Obwohl es erst mein zweiter Vlog hier so ist. Allgemein mein dritter Vlog überhaupt, den ich auf diesem Kanal hochlade. Und ich rede schon wieder so viel wie ein Wasserfall. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es ein paar Neuigkeiten gibt. Okay Leute, doch keine 50.000 Likes. Wir holen den Hund jetzt schon. Was? Wenn er noch da ist. Was? Okay. Wenn er noch da ist. Und das nicht mal als Videotitel gemacht. Stark. Tauben greifen mich an. Wir wollen ihn einfach nochmal sehen. Ein bisschen ein paar Sachen zu dem Hund nachfragen. Weil wir haben uns auch erkundigt, einer meiner besten Homies hat auch einen Malteser. Fähr mit 1 Dankeschön, Bro. Und er meinte, die sind vom Wesen auch komplett korrekt. Ja, die sind ein bisschen anstrengend manchmal, die bellen und so. Von den Dingen habe ich auch am Anfang gesagt, ey, das passt doch gar nicht zusammen mit Taro. Ja, aber Taro ist so lieb. Ja, wenn Pitbull quasi mit einem Malteser ist. Aber im Endeffekt, es ist alles nur Erziehungssache und ja, wir gehen jetzt rein. Leute, schaut mal. Da ist sie. Als ob die jetzt einfach noch einen Hund kaufen, Digga. Wie wild. So eine süße Maus. Schaut mal wie süß. Die Mädchen schüttt nicht. Die Zemex-Satte bringt die Transformation zum Full-Tank-Locker. Willst du raus? Ja, der ist gar nicht happy da drin. Sollen wir dich da raus befreien? So ein komisches Arsch auf der Hund. Ich sag euch, Freunde, wir müssen sie da raus befreien. Wir müssen dir helfen, wir müssen sie kaufen. Ich mein, kostet zwar 1.600. Boah, Digga. Aber ich hol sie. Das hat gesagt, hier holen sie. Ich darf auch noch so ein kleiner Baby dafür. Schau, ihr Kleid, ey. Einfach so schlachsig. So schlachsig. Aber das ist unser neues Baby. Ey, aber solange die sich um die Hunde... Schreibt mal in die Kommentare, wie sie unser neues Baby nennen sollen. Solange sie sich um die Hunde kümmern. Leute, schaut mal. Ist so süß. Wild. Content-Offensive, Digga. Ist so klein. Schau mal, im Vergleich zum... Ähm, pray for mal wieder in den Chat, dass es dem Hund gut geht, aber ich glaube schon. Meine Hand, meine Hand ist so kippen groß. Ja, mein Baby. Sie ist so süß. Und Leute, wir dürfen sie einfach heute nicht mitnehmen, weil es zu spät ist, weil der Laden gleich schießt. Wir dürfen sie erst morgen früh mitnehmen. Heißt, wir müssen morgen früh nochmal herkommen. Also müsst ihr doch die 50.000 Likes voll machen, dass wir sie kaufen dürfen. Ja, ich hab dich auch mit meinem Baby. Ja, Junge. Oh, Digga, der ist so süß. Ja, ich hab dich auch mit. Ich weiß, du willst jetzt schon mit uns gehen. Ey, ich würde dieses Baby am liebsten hier... Weißt du noch, wo du so süß gewesen bist? So ein kleiner Dummkopf, wo du so richtig klein warst? Jetzt bist du ausgewachsen und trotzdem so klein und immer noch ein Süßi. Hab ich dich gerade geweckt? Ich glaube, ich hab dich gerade geweckt, oder? Willst du wieder pennen gehen? Alright, Digga. Kann dir gar kein Bock. Geh wieder ins Bett. Jetzt schon mitnehmen. Es tut mir so im Herzen, dass wir sie jetzt noch eine Nacht hier haben müssen. Ich vermisse hier jetzt schon mein kleines Baby. Süß, aber no joke. No joke. Er will sich wirklich bessern. Er will sich wirklich besser. Und ich seh das gerade krass bei ihm, Digga. Ich seh das wirklich krass bei ihm. Kannst du aber keine töten? Ich sag, Digga, bist du dumm, Alter. Weg, Bann. Raus, raus. Hab noch auf der Seite Bilder von deinen Füßen gefunden. Viel Spaß mit Wichsen. Nicht abhauen. Ab morgen bekommst du Liebe. Ab morgen hast du ein neues Zuhause. Er macht doch Wundboden. Müsste ich vorstellen. Nein, ich glaub. Wir haben uns so auf den ersten Blick auf den Liefen verliebt. Ich glaub, er mag ihn wirklich, Digga. Ich glaub, er macht es nicht nur für Content. Ich glaub, er macht es einfach, weil er dem Hund da so leid tut. Weil wenn ich da langlaufen würde, könnte ich auch nicht anders, glaube ich. Ich hab sie angeschaut. Ich glaube, ob ich sie hoch will. Dann hat sie angefangen zu jaulen. Ja, den Clip auf Insta hoch. Die ganze Anzeige. Wir haben eine Scheibe warm. Oh, ich sieh so ein Wiesi. Ich hab selten so ein süßes und wunderschönes, kleines, weißes Wiesi. Hunde sind so dankbare Wiesi. Ja, reich. Hunde sind so dankbare Wiesi. Und so tapsig. Der ist aber noch nicht Stuben rein. Der pisst und kackt überall hin. Ich sag's dir, das ist... Ja. Darauf muss ich einstellen, Deckard. Ja, ja, ja. Und ihr müsst euch vorstellen, sie ist einfach ein Monat jünger. Oder knapp zwei Monate jünger als Taro. Dann will ich nur hoffen, dass ihr beide schnellstmöglich sterilisiert und kastriert, Deckard. Aber ich weiß nicht, wie ein Pitball-Malteser-Mischo, ob das gut geht. Eineinhalb. Uiuiui. Nicht abhauen. Wohin denn? Nein. Sie will, dass wir sie mögen. Oh, guck mal. Willkommen morgen, Baby. Macht kein Auge auf ihren Gött. Der zensierende Boss, Deckard. Wir sind zu Hause angekommen. Moin, moin. Taro ist auch so süß. Taro Baby ist jetzt auch wieder bei uns am Start. Elli und ich haben einfach richtig geilen Naruto-Merch. Kann man das Merch nennen? Einfach, schaut mal. Natürlich. Ein Sasuke-Hoodie. Wie heftig ist der? Das ist die Rückseite. Dann hier die Vorderseite. Zu wild. Einfach zu wild. Gefällt. Dann hier noch Naruto-Shirt. Gefällt mir wirklich, no joke. Und die hinten. Jetzt kommt das Highlight. Gibt euch mal. Das ist so wild. Ex-Later, Digga. Dankeschön. Not like this, Digga. Du sagst es. Da hat sich Elli ein paar freshe Socken gezogen. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass Elli sich... Ah, Digga. Die Brille ist es leider nicht, Digga. Da bin ich ehrlich zu dir. ... eine Sonnenbrille geholt hat. Ich musste mir auch unbedingt eine holen von Louis V. Ich finde die todesheftig. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also, die ist es leider nicht, Digga. Sag ich ehrlich. Nein, die Monogramme sieht auch todesheftig aus. Wie gesagt, die Roomtour verzögert sich ein bisschen, weil unsere ganzen Möbel und so sind angekommen. Das Umzugsunternehmen hat die gebracht. Alter, die mussten 24 Stunden einfach herfahren mit dem Auto, um unseren Fernseher und alles zu bringen. Das verzögert sich um ein paar Tage, aber keine Sorge. Die Vlogs werden trotzdem kontinuierlich kommen. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Lasst ein Like. Dann nehmen wir den Kopf, kommt ihr zum letzten Video. Was auch nicht lustig war, wie wir hierher gereist sind. Guck mal, das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Okay. Der Vlog, einwandfrei. Nichts. Nichts Negatives dabei gewesen. Nichts Negatives. Und ich krieg nicht Arsch. Ihr wisst das, Digga. 3000 Dislikes, warum? Wenn ihr doch wirklich... Ach, ich bin schon 30 Minuten live, Digga. Ich muss wieder offline gehen. Ganz ehrlich, Mann. Wenn er sich doch wirklich bessert. Wenn er sich doch wirklich bessert, Digga. Und jetzt so ein Content macht und das genauso funktioniert. Der hat das vor 5 Stunden hochgeladen. Killer Views. Gönnen wir ihm doch, Digga. Gönnen wir ihm doch. Ich denke mal, wenn er das Level jetzt weiterhält und jetzt wirklich einen Neustart wagt, Chat. Dann gönnen wir doch. Dann gönnen wir doch wirklich, oder? Dann gönnen wir doch 100%ig. Warum sollten wir da jetzt Auge machen? Warum sollten wir anfangen jetzt irgendwie zu sagen, ja Digga, dies und das und bla bla bla. Aber nein, Digga, wir gönnen ihm das und wir finden gut, was er macht und wir finden es korrekt, dass er sich bessert. So sieht es nämlich aus. Ganz einfach, oder? Was sagt ihr Chat? Also noch einmal eine Bicke Pray for Wave in den Chat vor Ihrem Bruder Siemex. Leute, nicht nachtragend sein. Lasst uns schauen, wie er sich entwickelt. Lasst uns wirklich schauen, wie er sich entwickelt. Vielleicht kommt da nochmal Scheiße, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Aber all in all, all in all, stabiler Vlog, gut gemacht. Support, also zumindest Props von meiner Seite dafür, Digga, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und wenn es noch dabei bleibt, es ist doch super gut, es ist doch super entspannt, oder? Lass uns doch ehrlich sein, Digga.